Ich finde Frieden. Zum Ersten, natürlich am Sonntagmorgen ganz ruhig in der Kirchenbank. Zum Zweiten, wenn ich am Tisch mit den Enkeln sitze und wir laut lachen über das, was wir gerade erlebt haben. Zum Dritten, draußen, da wo es frei ist, da wo Luft ist, Wind und gerne auch Wasser.